Köln, Antonia, 18, aus Wien sucht im First Dates Restaurant von Roland Trettl, 52, einen Mann, der genauso kreativ ist wie sie. Doch ihr Date verläuft ganz anders als gedacht. Die 18-jährige Verkäuferin steht auf große Typen, zudem sind braune Haare, braune Augen für sie ein Muss. Die Wienerin interessiert sich vor allem für Musik und Kunst. Gerne würde sie in London studieren und zeitgleich durch die Welt reisen. Ich bin Singer, Songwriter, erklärt sie dem erstaunten Trettl, der sie fasziniert mustert. Ihr Date Achim, 19, kommt ebenfalls aus Österreich und steht auf Abenteuer. Zwar ist er optisch gesehen genau das Gegenteil von dem, was sich Antonia erhofft hat, Dennoch freut sie sich bei seinem Anblick. Achim überrascht sie mit einer roten Rose und einer herzlichen Umarmung. Neben der Vorliebe fürs Fitnessstudio teilen beide die Lust am Reisen. Ich finde es sehr perfekt, dass wir viele Gemeinsamkeiten haben, freut sich Achim. Antonia mache auf ihn einen offenen Eindruck. Achim klaut ein Accessoire aus der First Dates Fotobox, wie abenteuerlich Achim tatsächlich drauf ist, zeigt sich in der Fotobox. Beide verkleiden sich und nehmen nebeneinander auf dem kleinen Sofa Platz, um Selfies als Erinnerung zu schießen. Von einem Verkleidung-Accessoire ist Antonia besonders angetan. Damit kann ich ja zum Harry Styles Konzert lacht die 18-Jährige und betrachtet begeistert eine rote Sonnenbrille in Herzform. Hey! Kann ich die Brille mitnehmen? Lacht sie mit Blick in die Kamera. Doch Achim versteht das nicht als Witz und ermuntert sie, die Brille einfach einzustecken. Antonia ist verunsichert. Ich kann nett klauen im Fernsehen. Das können wir nicht machen. Doch Achim steckt die Brille einfach heimlich ein, während Antonia schon aus der Fotobox verschwindet. Im Austausch legt er jedoch 10 Euro auf das Sofa. Ich hoffe, sie fand das Ganze sehr cool, freut er sich, als er ihr Gentleman-Like die Brille überreicht. Während sich Achim über ein zweites Date mit Antonia freuen würde, lehnt die jedoch ab. Für sie würden die beiden zwischenmenschlich nicht so gut funktionieren. Die ganze Folge First Dates läuft am heutigen Freitagabend um 18 Uhr bei Vox oder bereits vorab im Stream auf RTL Plus. Das ist ein zweites Dates.